im wald ich habe mal was mitgebracht hier meinen kleinen handlichen bohrer für die kleine schnelle walddurchlöcherung auf dem weg hierher habe ich jetzt gefühlte 10 minuten allein daran gedacht wie ich dieses video nenne ein mann bohrt im wald ein mann bohrt im wald das ist aber oder ein mann ein wald ein bohre oder ja ich bin mir noch nicht ganz schlüssig dieses projekt genau bekommen soll so aber jetzt erstmal spaß beiseite was habe ich hier ich habe hier einen hohlbohrer die man vielleicht hier nein da sehen kann das ding hier ist in der mitte holt und ich drehe es mal ein bisschen damit man es auch ja erkennt und das teil ist ziemlich lang so und warum ist das ein ziemlich langer hohler bohrer naja damit wenn man damit bohrt und den umdreht ein bohrkern entsteht und den kann man dann mit dem bohrer aus dem boden wieder rauszieht entsprechend mit hoch holen und hat dann einen interessanten bohrkern und kann sich damit dem boden angucken so und damit ist dann hoffentlich auch schon klar was ich hier vorhabe bodenkunde weiteren funktion hat so ein bohrer nicht man könnte damit vielleicht noch zombies abwehren insbesondere mein zwei meter bohrer hier mit dem könnte das tatsächlich noch ganz gut möglich sein und damit herzlich willkommen zum grundlagen und einführungsvideo zu meinen meiner neuen serie ben bordlöcher oder wie auch immer ich das dann noch nennen werde jedenfalls werde ich jetzt da ich es rausgefunden habe dass ich einen bohrer besitze durchaus das eine oder andere loch in die landschaft bohren und wer mich ärgert und wieder witze macht über irgendwelche elefanten oder gummibärchen dem bohre ich so viele löcher in seinen wald dass er irgendwann mal rein fällt also obacht ansonsten einen kleinen hinweis an das niedersächsische landesamt für bodenforschung liebes niedersächsisches landesamt für bodenforschung vor circa 25 jahren hat mein vater euch etwa sechs meter torf bohrstange geklaut wenn ihr die wieder haben wollt wäre ich durchaus bereit sechs meter torf bohrstange gegen einen handlichen waldbodenbohrer einzutauschen so irgendwas maximal 60 zentimeter was unterhalb von 60 zentimetern interessiert ja keiner das kratzt ja niemanden mehr insbesondere mich nicht da ich wenn ich überhaupt im wald rum bohre dann auch so ein bisschen gerne den einfluss der entsprechend oben draufstehenden baumart haben möchte und wie schon in meiner masterarbeit festgestellt habe zwischen 60 und 90 zentimeter bodentiefe finden wir kaum noch irgendeinen signifikanten überhaupt keinen eigentlich signifikanten einfluss der bestockung auf die bodenchemie was habe ich da untersucht ph wert kack also kationen austausch kapazität für alle die nicht wissen was kack ist cn verhältnis und ja das waren so die wesentlichen die wesentlichen sachen und natürlich alles was man dann quasi gratis noch mitnehmen kann das wisst ihr wissen sie ja selber sehr verehrte kollegen vom niedersächsischen landesamt verboten vorschung entschuldigung ich find's lustig ja jedenfalls mein vater ist inzwischen gestorben also den können sie da nicht mehr verknacken ne doktor jes tüxen können sie in ihren akten gerne nachgucken das system mal gegeben hat und ja wie gesagt ich wäre bereit jede menge torf burgestecke gegen einen handlicheren burer einvertauschen entschuldigung ich find's lustig herzliche grüße so und jetzt bohre ich mal doch das mit dem loch bohren ist gar nicht so einfach beziehungsweise die kamera richtig hin stellen zum loch bohren also hier bin ich man sieht mich hier habe ich meinen bohrer und jetzt ist es so hätte ich jetzt also wenn das niedersächsische landesamt verboten forschung mit spielt einen kompakteren bohrer den man auch einschlagen kann dann könnte man eigentlich wirklich relativ gut in tiefere tiefen vordringen habe ich aber nicht ich habe nur so einen langen torfbohrer halt und den kann man jetzt für waldboden eigentlich nur auf diese weise verwenden das war ganz witzig aber man kommt halt nicht so tief wie wenn man einen hätte den man so richtig schön rein hammern könnte also tiefer geht nicht zumindest nicht mit den bescheidenen kräften die hier aufbringen kann und jetzt dreht man das ganze kann man ruhig braucht man eigentlich nicht viel drehen einmal reicht und dann sieht man mit barbarischen gestöhne nach möglichkeit wieder raus oh ja das sieht ja schon ganz schön aus das sieht ja schon ganz schön aus und was man dann kriegt ist ein kern dreck ist jetzt wie gesagt nicht tief weil tiefer komme ich mit dem ding nicht da muss man wirklich einen haben die man einschlagen könnte und das ist halt nicht gegeben jeder bodenkunde hasst mich jetzt wenn ich mal wieder boden als dreck bezeichnen das ist so ein so ein ungeschriebenes gesetz dass man das niemals tun darf jedenfalls kann man da jetzt weitergehende analysen mit durchführen und das werde ich auch gleich tun aber vielleicht gerade noch ein ganz paar einführende worte also dieses video ist jetzt so ein bisschen als einführung in die bodenkundlichen untersuchungen die ich jetzt so lange nach und nach vornehmen werde gedacht weil ich einfach mal ein bisschen erklären möchte ja was macht er denn da wenn er bodenkundliche untersuchungen jetzt auch noch vornehmen möchte spinnt er jetzt total vielleicht schon aber davon abgesehen möchte ich einfach das mal so ein bisschen erklären dass sie ist jetzt nicht irgendwas besonders tolles was jetzt unbedingt mal bodenkundlich untersuchen wollte hier hätte ich auch noch irgendwo einen plan wo ich mal nachgucken könnte was von boden hier eigentlich zu erwarten ist ansonsten hätten wir hier in der näheren umgebung überwiegend das eigentlich fast nur mit braunerden zu tun schwarzwald je höher man kommt desto braunerdiger wird es irgendwo gab es noch ein hangpottsohl das weiß ich ja hangpottsohl und 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 ja ein paar pseudogleis haben wir auch noch ich glaube viel mehr gab es in der näheren umgebung hier eigentlich nicht aber ich muss noch mal in die bodenkundekarte gucken und ja das war jetzt auch eigentlich eher noch mal an die kollegen vom niedersächsischen landesamt gedacht und für den rest machen wir jetzt ein bisschen lustiges zeug und damit machen wir mal ein bisschen bodenanalyse jetzt sieht es hier nicht mehr so aufgeräumt aus das liegt daran dass ich eben schon mal im bohrkern genommen habe habe dann aber festgestellt ich habe ja ganz vergessen zur korrekten bohrkern entnahme muss man vorher die auflage entfernen also das ganze laub was auf dem boden liegt das verstopft einem sonst den bohrer und man kriegt keinen besonders schönen repräsentativen kern und der hier der ist jetzt diesmal doch gleich erheblich schöner geworden so das erste was man macht ist in so ein bisschen glatt kratzen das habe ich eben auch schon mal ein bisschen getan idealerweise kann man dafür zum beispiel auch messerrücken nehmen oder ein schäufel oder was man halt hat da gibt es tatsächlich kein kein vorgeschriebenes hochwissenschaftliches gerät für dafür hat sich wohl noch kein markt gefunden aber ja das auf jeden fall so die die ersten schritte dann muss man wissen in welcher tiefe man sich denn eigentlich befindet wie tief hat man gebohrt und oben ist natürlich entsprechend hier ich suche euch mal ein bisschen ran das muss reichen das war bodenoberfläche sagen wir einfach mal hier und da habe ich jetzt so 35 bis 36 cm bohrkern das ist ganz in ordnung da kann man ordentliche aussagen zum oberboden machen der oberboden ist auch der teil des bodens der für den an der ökologie interessierten bodenkundler sprich schrägstrich forstwissenschaftler am interessantesten ist deshalb bin ich da eigentlich ganz glücklich und zufrieden mit tiefer runter kommt man mit dem bohrer nicht da bräuchte man dann hat wie gesagt ein mit dem man da auf was einschlagen kann meine kamera ist jetzt erfolgreich dreckig toll dreckpfoten ja und das ist jetzt so ein bohrkern ich habe nachgeschaut wir müssten es hier wahrscheinlich mit einer stinknormalen braunerde zu tun haben das ding habe ich euch schon mal irgendwo erklärt und da auch mal schon mal was ein bisschen zu erzählt das ist halt so der der in anführungszeichen otto normal verbraucher boden hätte auch schon erwähnt es gibt ein oberboden ungefähr vielleicht auch da das ist immer so eine sache wo setzt man seine horizonte da können verschiedene bodenkundler verschiedener meinung sein im bohrkern muss ich zugeben habe ich das bisher nur sehr 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 selten gemacht deswegen tue ich mich da jetzt ein bisschen schwer das ist im boden profil erheblich einfacher da habe ich auch mehr erfahrung machen wir mal machen wir mal hier machen wir mal hier machen wir da mal so einen kleinen schlitz sondern das so grob unterscheiden kann also man kann sie streiten vielleicht ist auch hier in solchen zweifelsfällen kann man dann auch mehrere horizonte ausweisen die zum oberboden gehören also zwei bisschen unterschiedlich ausgeprägte aha horizonte jedenfalls wäre dieser bereich jetzt wenn wir mal sagen wir machen bis hier der aha horizont und übrigens noch ein wichtiger hinweis ich gehe jetzt nicht streng nach vorschrift vor ich erzähle jetzt einfach nur mal so ein paar dinge die man jetzt an so einem bohrkern erkennen kann nach richtiger bodenkartier anleitung gehe ich wie gesagt jetzt nicht vor das würde ich dann ein andermal vielleicht auch noch mal machen aber jetzt einfach nur mal spontan habe den bohrer gefunden und habe gedacht den gehe ich jetzt mal ausprobieren so aber selbst ihr erkennt wahrscheinlich einen unterschied von dem boden hier oben und dem boden hier unten und zunächst mal kann man einen leichten farbunterschied wahrnehmen den sieht man leider auch hier vielleicht so ein bisschen das bild ich mir nur ein nämlich hier oben ist ein bisschen dunkler ein bisschen schwärzer als hier unten und das ist ganz typisch dass so ein aha horizont ein bisschen dunklere farbe hat ein wenig ja schwärzer bräuner ist als der rest vom boden das könnte hier zum beispiel auch sehr hell sein ist es jetzt nicht was ist eine braunerde deswegen ist es braun das spielt tatsächlich eine rolle aber hier haben wir nur eine leichte leichte farbliche unterscheidung verglichen mit dem unterboden also es gibt erheblich deutlichere unterschiede ist das da oben wirklich pechschwarz und hier unten also wirklich erheblich der farbunterschied einfach erheblich höher mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen was wir dann noch feststellen können ist dass wir einen unterschied im gefüge des bodens haben ein teil davon kommt natürlich durch das bohren durch eine bohrbedingte verdichtung des ganzen weiter unten ja immer neues zeug nachgedrückt wird und für unterboden automatisch gestaucht wird wenn man also zu der horizontierung des bodens wirklich einwandfreie aussagen machen wollen ja können dann muss man wirklich ein loch graben und die unbeeinflusste profilwand sich halt eben anschauen weil wie gesagt das ist hier verdichtet und richtig 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 solide aussagen zum bodengefüge kann ich hier nicht machen was ist ein gefüge hier diese krümelige struktur dieses dieses lockere dass der boden da lockerer sitzt im oberen bereich und hier unten so dicht zusammengepackt ist das nennt man halt eben gefüge was für eine struktur man da an den einzelnen partikeln erkennen kann also an den einzelnen komplexen von kleinen teilen im boden die zusammen größere klumpen ganz leidenhaft zu sagen bilden und das sagt sehr wohl was zum boden aus dass wir zum beispiel hier so kleine krümel artige strukturen haben würde in diesem fall bedeuten dass wir es hier mit einem krümel gefüge zu tun haben und das deutet auf eine hohe mikrobielle aktivität hin soweit man das alles im bohrkern sagen kann noch mal bohrkernaussagen sind nicht wissenschaftlich korrekt man bräuchte ein profil weil was sind diese krümel die können zum beispiel eben tatsächlich durch wurde mal vom regenwurm gefuttert und wieder ausgeschissen entstanden sein und das ist also ganz typisch dass man dann so einzelne einzelne krümelchen rund zusammenklebende wie so größere steinchen die aber keine sind sondern tatsächlich wirklich nur fein bodenpartikel na so kann man es aber glaube ich auch ganz gut sehen eben diese krümel das ist ganz typisch vom oberen boden wenn man den einigermaßen verdichtungsfrei in seinem bohrkern bekommt dann hat er fast immer diese krümelchen hier auch bei waldböden das ist ein gutes zeichen wären die nicht da dürfte man sich sorgen machen weil das dann auf eine erstaunlich geringe tieraktivität im boden hinweisen würde oder halt auf diverse andere sachen da gibt es jetzt möglichkeiten noch und nöcher aber es ist auf jeden fall schon mal gut dass das da ist soweit könnt ihr es euch ja vielleicht merken und hier unten wie gesagt ein gefüge ist da jetzt nicht mehr erkennbar da gibt es einfach gar kein gefüge das ist einfach ein durchgehendes stück boden was man hier jetzt aber noch untersuchen kann ist woraus unser boden jetzt besteht das habe ich euch auch in verbindung mit dem löss vortrag schon mal erklärt es gibt ton schluff und sand sand ist bis zu 2 mm korngröße das kann man mit bloßem auge erkennen wenn da nennenswert grober sand drin wäre so und das ist hier schlicht und ergänzt begreifend nicht der fall stellst du scharf oder stellst du es nicht scharf scharf stellen schafft er nicht wenn ich zu nah ran gehe naja wurscht müsst ihr mir jetzt einfach glauben ich kann jetzt mit bloßem auge wirklich keine größeren sand partikel erkennen was in diesem boden auffällt das ist auch nochmal wichtig ist skelett skelett werden strukturen mineral boden strukturen mineralische strukturen sage ich jetzt mal die größer als 2 mm sind also steinchen auf gut deutsch oder gleich wirklich steine haben wir hier alles nicht drin der boden besteht wirklich nur aus diesem feinmaterial ausschließlich skelettanteil nahezu nicht zu erkennen also zumindest so mit optischen methoden man kann das noch besser nachweisen und das nächste was man dann tun muss ist das ganze halt mal ein bisschen in die hand nehmen und mal gucken wie sich das anfühlt eigentlich sollte man es für so eine fingerprobe also rollen zwischen den fingern vorher noch anfeuchten dann verfällt es nicht so ganz so leicht wir haben es hier das kann ich ganz gut fühlen wenn sich das so mehlig an den fingern anfühlt wirklich als hättest du in die mehltüte gelangt irgendwie so ein bisschen unangenehm ich mag dieses gefühl nicht besonders aber man muss es halt trotzdem machen dann kann man feststellen dass man hier mit einem hohen schluffanteil rechnen darf also die mittlere kornfraktion die auch die vorwiegende bodenart beim schluff eben entsprechend ist also überschluff dann würden die auch schluff entstehen weil der schluff hat ja schon diese kleinen also diese mittelfeinen körnchen und dann ist ja klar dass ein bodenaufschluff eben auch dann viele von diesen mittelfeinen körnchen haben wird und tatsächlich haben wir hier auch zumindest noch anteilig ein wenig schluff in der landschaft der eine gewisse rolle spielt es ist trotzdem kein besonders kalkreicher boden kein boden mit einem besonders hohen ph-wert weil ja irgendwelche prozesse haben hier jedenfalls schon zur bodenversauerung beigetragen eigentlich sollte ja auf unserem schluff boden hier zu erwarten sein dass der ph-wert gar nicht mal so sauer ist er ist aber trotzdem sauer man findet hier auch keine pflanzen die auf was anderes hinweisen würden im gegenteil findet man schon die eine oder andere pflanze die eben sehr wohl als säurezeiger fungiert aber ja das muss man diese diese fingerprobe diese untersuchung dieses bisschen drehen und mal gucken wie weit lässt sich das drehen wie fühlt sich das an das muss man in sämtlichen höhen des bodens machen so viel boden wie man halt eben hat nehmen wir mal von unten auch noch mal so eine probe einfach um zu gucken gibt es da unterschiede sind denn jetzt hier in diesem b boden in diesem unterboden horizont der erstmal optisch so aussieht als wäre der überall derselbe sind da strukturelle unterschiede zu fühlen dann müsste man nämlich unterschiedliche horizonte auch in diesem stück b eben entsprechend ausweisen aber dafür kann ich das im bohrkern nicht gut genug nachweisen vielleicht ist eine ganz leichte tonverlagerung festzustellen was wäre jetzt eine tonverlagerung das habe ich euch auch schon mal woanders erzählt wenn ich hier mit dem boden aus dem unten besser kneten kann eine feinere wurst drehen kann quasi als mit dem boden von oben dann liegt das daran dass tonpartikel aus oben nach unten verlagert worden sind das wäre jetzt aber bei der braunerde die wir hier voraussichtlich haben angaben wie gesagt alle ohne gewehr wäre das sehr verwunderlich wenn es dazu gekommen wäre aber die tonverlagerung kann ich jetzt zumindest mit dem bohrstock erstmal nicht nachweisen dass der ph wert relativ sauer ist das weiß ich weil ich den eben schon mal gemessen habe aber das machen wir jetzt auch gleich noch mal zusammen das mal seht das lässt sich jetzt ganz gut wiederum kneten aber sobald man versucht da noch eine feinere wurst draus zu machen dann zerbröselt es aber nochmal richtig 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 bestimmen kann man das bloß mit profil nicht aus einem bohrkern aber so ein bohrkern der gibt zumindest mal so ein paar anhaltspunkte auch die mächtigkeit des aha horizonts dafür müssen wir jetzt ein bisschen rauszoomen wieder dass der doch relativ na da habe ich schon kürzeres gesehen ne sagen wir es mal so da hat man schon weniger mächtige gesehen das ist eigentlich ein ganz gutes zeichen wenn der was hat der zwölf zentimeter ungefähr das ganze in ordnung ne also das ist jetzt kein hinweis darauf dass wir sie mit einem furchtbar schlechten boden zu tun haben also ein eintrag von organischer substanz in den oberboden kann zumindest mal stattfinden wäre es ein wirklich mieser 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 boden von der fruchtbarkeit her dann gäbe es das auch nicht ne also so und jetzt das entsprechende messgerät das hier ist ein hellige ph-meter das ist die gängige möglichkeit zumindest so mal grob den ph-wert eines bodens im feld abzuschätzen was ist da drin dieses flasching habe ich selber hinzugefügt das ist gerade salzsäure das ist wichtig für böden mit karbonat damit kann man karbonat im boden nachweisen gibt es hier nicht aber ich kann es gerne trotzdem mal drauf tropfen wenn es karbonat im boden gäbe da war ein tropfen dann wird das jetzt gleich brodeln und sprudeln und man könnte das richtig schön sehen also sieht so ein bisschen aus wie so eine etz-reaktion das ist es vielleicht eventuell auch das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau jedenfalls das wäre sofort zu sehen hätten wir also sowas dann hätten wir das jetzt gesehen ist also nicht der fall so und das andere was da drin ist ist ein universalindikator bodenindikator ph 4 bis ph 9 kann man damit grob nachweisen man kann auch nachweisen dass der ph-wert möglicherweise noch saurer als 4 ist wie viel saurer kann man dann leider nicht mehr nachweisen das wäre für viele böden sehr interessant aber das sind halt die grenzen dieser messtechnik dann erreicht dazu gehört noch so ein lustiger löffel und mit schachtel gebrauchsanweisung universalindikator löffel und diesem stück plastik zahlt man für den ganzen spaß inklusive versandkosten 50 euro nur dass ihr bescheid wisst das ist also wirklich so ein bisschen diffisier so man soll aus 10 cm tiefe laut gebrauchsanweisung seine probe entnehmen im grunde ist das egal man kann das mit boden aus jeder tiefe machen eigentlich soll man relativ viel probe nehmen aber ich bin jetzt mal so fies und unterstelle denen dass die deswegen sagen dass man viel probe nehmen soll damit man dann auch viel indikator drauf kippen muss und das zeug ist teuer und die wollen natürlich was verkaufen unterstelle ich denen jetzt einfach mal es sollte für den chemismus völlig wurscht sein wie viel boden man nimmt der indikator sollte auch bei geringsten mengen eigentlich anschlagen und man braucht dann weniger indikator deswegen habe ich jetzt wirklich nur so ein paar krümelchen genommen ich hoffe man sieht das einigermaßen so jetzt kann man es vielleicht noch ein bisschen besser sehen und wenn wir jetzt den da drauf kippen das reicht auf jeden fall dann stellen wir fest der verfärbt sich auch schon und er verfärbt sich ziemlich rot und das ist auch schon relativ gutes zeichen dafür dass wir es hier auf jeden fall mit ph4 oder saurer zu tun haben viel saurer als ph4 glaube ich nicht dass es hier ist aber das ist das problem das können wir jetzt nicht mehr nachweisen wenn man das jetzt noch genauer machen möchte und hier eine genauere Differenzierung zwischen zum beispiel hellgrün und dunkelgrün vornehmen möchte was hier natürlich nicht ist das gibt es höchstens auf landwirtschaftlichen Böden also wirklich die grünen Farben das mache ich auch mal irgendwann dass ich einfach mal einen Ackerboden nehme und da mal mit dem Ding arbeite so hier kann man es jetzt ganz schön sehen dafür ist das gedacht dass man es sich hier rüber kippt in dieses Ding wo man die Farbe besser beurteilen kann weil sie da weniger beeinflusst vom Boden ist man musste das eigentlich nochmal schön sauber machen es war jetzt noch ein bisschen dreckig und gerade wenn man das dann hier so in der Ecke sich sammeln lässt dann kann man sehen das ist auf jeden Fall rot also wir haben es definitiv nicht mehr mit ph5 zu tun und schon gar nicht mit ph6 dann wäre es ja gelblich sondern es ist tatsächlich ph4 also ist auf jeden Fall ein Boden der im oberen Bereich ziemlich sauer ist was man jetzt noch machen könnte was ich aber aus Kostengründen sein lasse weil wie gesagt der Indikator ist teuer in verschiedenen Tiefen des Bodens Proben nehmen und da jeweils den ph-Wert bestimmen es wäre nämlich durchaus anzunehmen dass der in tieferen Tiefen steigt also dass man dann da möglicherweise einen nochmal ziemlich höheren ph-Wert bekommen könnte das ist bei Waldböden in der Regel so der ph-Verlauf wird gegen runter irgendwann mal ein bisschen besser dann kann es aber auch sein dass er irgendwann mal wieder ein bisschen schlechter wird das kommt immer ganz stark darauf an das wäre also eigentlich noch ziemlich interessant aber nur jetzt mal zum zeigen wie das funktioniert ist mir das ein zu teures Vergnügen ne? gut und das war es dann aber auch mit den Analyse-Methoden im Feld die mir jetzt zur Verfügung stehen hätte ich gesagt ein richtiges Bodenprofil dann könnte ich mir noch ein bisschen mehr erzählen aber nur mit dem Bohrkern naja für das erste so ein paar kleine spekulative Dinge und jetzt muss man den Bohrkern auslöffeln und aufessen natürlich nicht also es geht tatsächlich mal ein bisschen Boden in den Mund zu nehmen und zu probieren um eben festzustellen ob da Feinsand drin ist weil Feinsand den kann man mit bloßem Auge auch nicht mehr erkennen das habe ich jetzt nicht gemacht weil es lohnt sich nicht aber theoretisch hätte man es machen müssen man kann ihn aber spüren weil er zwischen den Zähnen knirscht Schluff knirscht nicht zwischen den Zähnen der ist schon so fein dass der das nicht tut feiner Sand also sozusagen grober Schluff zu grober Schluff den kann man zwischen den Zähnen wenn man drauf rum beißt auf dem Boden tatsächlich eben als Knirschen wahrnehmen und ja so und dann soll es das gewesen sein und ich habe mal meinen Bohrer im Einsatz gehabt und ein wenig pH-Wertmessung betrieben mehr dazu dann irgendwann in der vielleicht nicht ganz so fernen Zukunft dass man sich dann vielleicht mal einen karbonathaltigen Boden anschaut wo dann mit der Salzsäure auch was Spannendes passiert und nicht nix das ist der Grund weshalb bei Studenten saure Böden nicht beliebt sind weil die blodern halt nicht wenn man Salzsäure draufkippt macht's gut bis zum nächsten Mal